jo leute hier ist der akbar und heute zeige ich euch wie ihr ganz einfach bei greenband nach oben kommt von der map zunächst müsst ihr das schild einpacken weil sonst funktioniert der glitsch nicht ihr müsst auf der veranda gehen und dann auf den komischen dinger nicht mir fällt gerade nämlich ein drauf gehen und das schild platzieren ihr könnt ihr sehen können eine normale waffen nehmen aber ich würde ein messer empfehlen weil das dann einfacher ist weil dann leichter seid das war es eigentlich auch schon ihr könnt aber euch leider nur da oben bewegen aber ich würde sagen macht nix wenn ihr weitere glitsche sehen wollt könnt ihr mich gerne abonnieren das war es auch schon haut da rein so so